so meine lieben leute willkommen zurück zu einer weiteren folge koppelt und wir versuchen einfach mal das nächste level anzugehen die mäuse brigade haben hinter uns gelassen dadurch wurde dieser weg frei ist eine kleine abkürzung und hier auch was auf mir vorbei geht dass der shop jetzt hierdurch bevor nicht das aus theater und wer ist das hier ludig hat euch also sein weniger ist mehr eingetrichtert wie wenn ihr wert weiter mit ihm redet hört ihr nie wieder normal sagt nicht ich hätte euch nicht gewarnt also kannst ja da gehen oder wir können hier auf dem schottplatz auch noch was wir machen im endeffekt ist es egal das ist doch mal das ist ein schrottplatz machen halten hula auf der karlsroboter klingt spannend ist es bestimmt und so schwer wir aber werden es hinkriegen wir sind ja gut er sieht aus wie dr robotnick von sonic ein bisschen scheiße und dann noch nicht gerade weitergekommen also müssen wir gut auf ihn zielen Das ist ein Magnet. Oh, der zieht ihn hier ran. Ah, guck mal, ich kann den unten kaputt machen. Ah, nein. Oh. Oh, okay. Heieiei, wo muss ich denn noch treffen, fällt mir gerade auf. Gucken. Oh, shit. Ah, da oben. Oh, ficken. Ah, Mist. Ah, verdammt. Ah, shit. Okay, aber muss das Ding da oben auf jeden Fall zerstören, die Antenne? Was wir auch gleich zu Beginn schon machen? Oder geht das zu Beginn noch nicht? Nein, nicht. Oder? Och. Ja, endlich. Okay, aber das war schon nicht schlecht. Aber vielleicht sollten wir den zum Schluss erst unten kaputt machen und dann oben zerstören. Das war schon mal. Das war schon. Oh, nein. Oh, nein. krass aber es ist erst die erste immer die erste phase ja ist ok Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh! Da ficken wir schon viele rum auf einmal dann, ne? Good day for a 12 battle! And begin! So! 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 so oh man ja 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 Ah, okay. Okay, okay. Ah! Gar nicht so leicht. Gar nicht so leicht. Oh! 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 Genau, das einer drückt. Oh, ich geh nicht runter. Oh, scheiß. Oh. Oh. Schön schön. Ja. Oh Mann! Ich hab Kack-Magnet! Der Kack-Magnet. Ich geh ihm auf die Sack. Oah! Scheiße. Oah! Oah! Oah, war klar. Oah! Oah, Mann, es nähter. Oah! Der Magnet ist echt blöd. Ich muss auch immer dran denken, dass man sich noch klein machen kann, ne? Oah! 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 Ich muss die Dinger trotzdem abknallen, das wird uns nichts. Good day for a whole battle! It's on! Come on! Nerv! Dieser Kackroboter ist! Why? A brawl ist wirklich brutal! You're up! Here's a real high-class battle! Here goes! Auf! 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 Ja, das war. Oh gut, doch gut. Welcome, John. Oh Leute Ist so fies Wow Das hat aber auch gedauert Das hat aber auch gedauert Darauf ist mal ein Schluck Cola So was für eine Note bekommen wir haben Bin gespannt Ab mit B- Und B sogar Brandneuer Rekord Danke So eröffnet sich ein Weg für uns Garage ist auf Dr. Karls Roboter Kann man reingehen? Da kann man durchgehen Okay Gut Ja vielen Dank fürs Zuschauen Wir sehen uns beim nächsten Mal Bis dann Tschüss 摩 Schofer Chor